ja so moin moin willkommen zurück zu castle crashers auch von mir moin moin das ist schon etwas länger hier hat eine woche pause gemacht aber machen genau da weiter wo wir rausgefunden haben wo wir auch können ach du das ist auch oben ja genau da unten kann man nichts machen da müssen wir diesen komischen trank holen weil die kekse rot holen müssen rot gewohnt war das so wie war das noch mal zaubern zaubern werde recht gezwitsch halten und rennst du jetzt mit dem bischofsstab rum? oh das ist ein zaubererstab ok eigentlich ganz gut schaden rennen wir noch mit dem fünfer wie heißt mit dem komischen hammer ja hey sag mal hast du durst? ich hab was zu trinken ich hab was zu trinken was energy mäßiges ne nicht mehr um die zeit es ist schon zwei uhr nachts fahrt sich jemand falls nicht jemand wundert also da sieht man dass wir noch freaks sind ne ich komm her du freak waa genau Aua Hat er, dass ich nur Level 30 bin. Nja, nix weiter an, das kommt noch. Und du hörst mal auf, vier Bomben zu schmeißen. Geld einsammeln, bevor die Viecher es tun. Bitte. Wo geht? Ich bin hin. Hä? Ich bin hin. Klack, klack. Augen aufhalten wegen Graben Slots, wo man graben kann. Ja, klar. Oh man, verpisst euch doch, ihr Fiss-Viecher. Ich hab vorhin als Beschäftigung, hab ich das im Rücken ein bisschen gepackt. Guck mal. Ja. Schau mal. Ja. Ja. Guck mal genau, guck mal bei dem Scheiß. Das stimmt ja. Schon so viele Viecher übersehen. Vorsicht. Was ist denn die Lava was einfrieren? Ja, war sowas wert. Was ich frage, sobald's überirdisch ist, ist es Lava, unterirdisch ist es Magma. Ja. Aber wann zieht man das denn? Ja, das ist ne gute Frage. Bleib mal auf Abstand. Ich hab da noch einen Rekaner gehabt. Ich hab da noch einen Rekaner gehabt. Oh, ich hab da noch Hotz. Schlimm, das ging ja auch. Ich war nämlich fast am Ende gewesen. Da sollen die ganze Mechanik wieder reinkommen hier. Ja. Ich hab grade im Rocket League gespielt mit Lukas. Oh, 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 oh. Ich hab da genauso hart grade. Ich hab aber auch noch nicht gespielt, dann siehst du auch mal richtig scheiße aus. Oh, ich. Ah, oh, oh. Ah, sorry. Ich hab das Sandhorch und ich gut oder so, dann geht's nicht mal richtig scheiße aus. Ja, war klar, ich krieg die Bombe ab. War klar, dass ich wieder die Bombe abkrieg. Leider noch voraus. Da bin ich grad am Kettchen. Hab ich da, da achte ich nicht so schnell. Guck mal, das sieht aus wie hier irgendwie so ein Riss an der Wand, ne? Ja. Da kann man bestimmt auch hier Bomben oder so gegen mir. Stimmt. Oder da an der Bombe hinlegen. Ja, muss ich mal kaufen, testen oder sowas. Ich hab leider keine Bomben mehr. Ja, hier. Egal. Oh, Gelegenheit. Gelegenheit mal nachlesen, wo es die ganzen einzelnen Einzleiten gibt. Ich hätte schon Lust, hier alles reinzuschalten. Das glaube ich. Mit meinem 35er bin ich dabei, so ein bisschen Gold zu verdienen. Was hast du da eingesammelt? Leserschwert. Hast du die schon? Ich weiß es gar nicht. Aber kannst du mal eben kurz tauschen? Ich teste dich. Warte, warte, warte. Da liegt es. Was ist sicher? Sag jetzt nochmal. Ähm. Ey. Schau. So. Den Stab hatte ich noch nicht gehabt. Hat ich wohl auch noch nicht glücklich. Aber wieso hast du den roten eigentlich freigeschaltet? Ich weiß gar nicht. Aber das ist... Ich habe auch das Heuer schwer drei geschaltet. Ich habe auch noch nicht mit Hoopleveling. Ja, das habe ich ja auch reingekriegt. Das habe ich ja auch. Mittlerweile. Oh, es sollte gleich mal Heiltrank. Aber wie ist denn ein FWC da freigeschaltet? Ich habe keine Ahnung. Sag mal, wir hätten das zusammen gespielt haben, heute ist er freigeschaltet. Ja, ja. Genau. Deswegen freigeschaltet. Weil du hast es freigesch... Äh. Du hast es da freigeschaltet gekriegt. Nicht. Ich weiß gar nicht. Hatt ich das damals aufgenommen gehabt? Ich glaube nicht. Der Heirab hat noch gar nicht aufgenommen. Oh. Oh. Ohh. Ach. Not los. Ja... No! Oh. Wir spielen. Oh, nervst du. Puh, die Baden im Magma. Oder doch da war? Ich weiß es nicht. Also rein theoretisch ist es unterirdisch. Daumen hoch. Das könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wenn das jemand so weiß, wenn das überhaupt jemand guckt. Das ist doch frustrierend, dass niemand das guckt. Die letzte Woche hat es zu, glaube ich, gehabt, oder? Oder hatte ich die gehabt? Ist doch egal. Ist doch nicht so, dass es irgendetwas bringt, oder? Bö. Oh. 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 Hala, getrunken. Ja, ich habe getrunken. Komm her, du faule Hund. Ich weiß es nicht. Aua. Aua, Mann. Ja, er hat mich. Magier an die Macht. Nimm mein Zimmer. Okidoki. Ja, ich habe mich nicht mehr gekriegt. Hahaha. Pö. Ja, wie es geht, habe ich zu. Achso. Ah. Schon bist du auch rein auf Magie gegangen. Oh, wieso habe ich jetzt mehr verteilen können? Weil du ein Level höher bist als ich. Bimmt. Au. Lauf da jedes Mal dagegen. Sollte es auch mehr zaubern, ist stärker bei dir. Ist nur die Frage. Oha. Welche Tasten bekommen die dafür und drückst du? Der rechter Trigger und B, also rot. Das ist halt dieser Direktangriff. Und der andere ist halt mit dem blauen, also mit X. Ne, ich meine jetzt mit dem ... Ach so, den kann ich mit gelben. Du bist tot. Oh. Sollte man gleich ein bisschen drauf achten. Ja, toll, super, wirklich. Da habe ich nämlich jetzt überhaupt nicht drauf geachtet, tut mir leid. Gebt ne X hier für mich. Oh, Alter, 70. Wenn du nicht stirbst. Juhu, du kannst mich sogar noch wiederbeleben. So war ganz schön. Und ich habe sogar fast volles Leben, fast genauso viel wie du. Das ist so, was die Welt richtig macht. Ich würde sagen, wir machen erst jeder neue Brote, damit wir da die, ähm, voll haben, dass wir das nicht extra kaufen müssen. Ach so, okay. Ja. Würde ich sagen, oder? Ah, hier kommen und endlich, ne? Hä? Ja, hier kommen und endlich, ne? Ja, hier kommen und endlich, ne? Solange bis wir das Tor aufmachen. Ich bin ja in dem Tone, den mich leben. Ja. Ich bin ja in dem Tone, der mich leben. Ja, meine Güte. oh grafra willst du schon mit brot mit schaufeln zu schlagen okay das wusste ich ja zum beispiel nicht so ich brauche noch fünf ich liebe es immer gegen die wände zu ballern das gesicht deswegen wechselt die taste ja wie gut das ein vorteil hat dass ich diesmal durch sagen dass ich diesmal sprachaktivierung reden weil da wechsel ich automatisch jedes mal das scheiß menü weil ich die im oberen linken was für ein stream team ich brauch noch einen naja du würdest nur mehr schaden machen und magie benutzen würde es halt so ich bin voll ach fickt mich doch das ist nicht gedrückt was hast du ich habe bewusst eingesetzt gerade das machen muss damit ich da voll habe aber sie wirst die aus dem großen nein ich kann noch nicht mehr wechseln ja erstmal noch schön geköpft denkt rein gedrückt halten muss timing weil du sonst immer sagst das reicht wenn du ja gerade mit dem kasten und notfall wieder bedienen muss dann kannst du schnell drücken damit das hochkommt aber wenn du gerade kein gegner ist dann kannst du halt das timing moment nach sich die das gold hast du gehört im moment lass ich dir das gold oder weniger das war ja die müsse schon könnte mal so ein death counter machen Wer öfter stürmt. Jetzt zum Beispiel kann man ganz schnell drücken, damit du aufstehst. Ach, ist mir nicht tot. Oh, beide tot. Alter, ich brauch glaube ich andere, äh... Ach. Andere Waffe. Noch Trotte nochmal machen jetzt hier? Brauchen wir gar nicht, oder? Brauchen wir gar nicht. Oh, alles was gebrauchen. Aber wenn es geht, sollten wir trotzdem mal eben kurz... Offen. Hm? Achso. Wir sind leveled. Wir sind leveled 10er, sagen. Das ist noch ein Zauber. Das, äh, viele Sachen, was ich zum Beispiel noch nicht habe. Zum Beispiel diese Keule habe ich zum Beispiel noch nicht. Da ist es deiner, ich habe den nicht, oder? Doch. Ja, auch nicht. Die habe ich. Die habe ich. Nein. Den drei Sachen habe ich zum Beispiel auch noch nichts. Oh, 11.15. Das Ding sieht gut aus. Vor allem für Magie, ne? Aber habe ich auch noch nicht. Ich habe vieles noch nicht. Was? Hat nicht sauber gespielt. Einfach nur durchgerannt. Das ist deprimierend. Dann renne ich halt mit, äh... Wie nennt man das nochmal? Oh, Gott, keine Ahnung. Wie nennt man das nochmal? Vielen Dank.